Martinshorn Tatütata bei Polizeifahrzeugen darf eigentlich ein Polizeifahrzeug ohne weiteres mit dem Blaudicht über eine Ampelkreuzung fahren und was können die Folgen sein, wenn es zum Unfall kommt? Das ist heute unser Thema. Willkommen zurück liebe Zuschauer, heute ist unser Thema etwas was ich in letzter Zeit häufiger von Mandanten berichtet bekomme eine Konstellation in der ein Polizeifahrzeug oder auch ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht mit Tatütata über eine rote Ampel fährt und dann andere Verkehrsteilnehmer entweder gefährdet werden oder es sogar zum Unfall kommt. Ich weiß nicht ob es ihnen auch so geht, mein Eindruck ist seitdem es die Regelung mit der Rettungsgasse gibt, werden nach meinem Gefühl mehr Sonderzeichen eingesetzt. Man hat so den Eindruck, die wollen kontrollieren, ob es die Verkehrsteilnehmer nun auch begriffen haben, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt um die Frage, darf dann eigentlich unter Sonderzeichen, so heißt das, Blaulicht Tatütata über eine Kreuzung gefahren werden? Die Antwort ist grundsätzlich schon, aber es ist dann einschlägig der § 38 Absatz 1 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung und die Rechtsprechung hat hierzu ausgeurteilt, dass nur im Ausnahmefall und wenn wirklich eine Gefährdung von konkreten Rechtsgütern im Raum steht, diese Sonderrechte Gebrauch gemacht werden, von diesen Sonderrechten Gebrauch gemacht werden darf und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, es darf dann auch nur mit maximal 20 km h über die rote Ampel gefahren werden. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber da habe ich ganz andere Beobachtungen gemacht im Straßenverkehr und wo kommt das Ganze dann natürlich zum Tragen, wenn es zum Unfall kommt, wenn also das Polizeifahrzeug dann mit jemandem kollidiert, der bei Grünen gefahren ist und dann kommt es unter Umständen zur Frage, wie schnell ist das Polizeifahrzeug denn gefahren, wie schnell durfte es fahren? Sie haben jetzt gelernt 20 km h, ansonsten können sich Ansprüche ergeben gegen die jeweilige Landeskasse. Haben Sie Fragen dazu, schreiben Sie mir gerne, ansonsten finden Sie auf meiner Homepage ra-hartmann.de einiges auch zu diesem Thema, durch Klick auf den Button werden Sie im Wege des Abos kostenlos informiert über neue und interessante Entwicklungen aus den Gebieten Verkehrsrecht, Strafrecht, Fahrerlaubnisrecht, Verkehrsstrafrecht. Vielen Dank und auf Wiederhören, tschüss!